Hallo und herzlich willkommen zu The Long Dark. Ja, einem Survival-Spiel, wo es keine Zombies gibt, sondern wo man pur der Wildnis ausgesetzt ist. Wir sind mit einem Flugzeug in einen Sturm geraten, sind abgestürzt in der nordkanadischen Wildnis. Ja, es gibt Schnee, Loch und Löcher. Wir sind der Kälte ausgesetzt, wir müssen also Essen finden, Kalorien finden, damit wir hier nicht erfrieren. Oh, scheiße. Wir, ähm, ja, dürfen nicht so lange schlafen, sonst geht es an Kragen. Ähm, ja, ich habe auch schon einige Displays gesehen, das heißt, ich weiß auch schon ein bisschen was, aber auch nicht alles. Ähm, ich weiß gar nicht, wir laufen hier einfach mal den Weg entlang. Ich hoffe, dass es eine gute Entscheidung ist. Ähm, ja, einmal die Trinken, Ähm, nein, 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 steuerung tasten mann um alles klar zählen das ist relativ früh am tage das heißt hier muss irgendwo in der Nähe an Häuschen stehen ein Häuschen da gehen wir einfach mal hin mal gucken ob wir da irgendetwas finden was ist das ja war klar scheiße was ist das ist das hier auch ein Rucksack ich weiß es gar nicht was sieht aus wie einer ist aber keiner ja das Haus jetzt Alter Walter das Spiel ist echt geil gemacht also grafisch Prozent kann ich nicht meckern mir gefällt sowas Prozent Zustand 100 Prozent Kaninchen halten sie äh lustige Namen übrigens Prozent gefällt mir da unten ist ein Kaninchen da ähm ich ich mal alles looten hier Alter wenn wir jetzt nichts finden das ist äh oh eine Hose ja nehmen wir ich glaube hier zuerst mal alles auf was wir kriegen können weil man weiß ja nie vielleicht kann das ja das eine oder andere mal den Arsch retten ähm was gibt es sonst nachher hier unten ist eine Truhe haben wir einen Metallbehälter das hat sich äh das hat sich äh echt gelohnt ähm haben wir alles ja gut dann gehen wir wieder raus ich hoffe es nur nicht dass da ein Wolf ist nein alles safe und dann gehen wir einfach mal ein bisschen weiter ach ja halt mal i ähm kälte scheiße deine Überlebens noch 42 Minuten scheiße ja das heißt wir müssen unbedingt etwas essen äh nicht was essen sondern etwas ähm ähm anziehen die bringt nur 7 einfache Stiefel dann mal ein Goldpullover god damn freezing verdammt eiskalt ja klar glaube ich dir ähm sind mir leid Prozent ich sehe hier auch war auch weit und breit kein Haus mit es sich glaubt es war jetzt das erste aus wie angetroffen das war das erste aus dass wir angetroffen haben ähm aber sonst sehe ich hier gar nichts mehr ich weiß auch gar nicht wo wir hin müssen ich glaube wir einfach mal diesen Fluss im Klang vielleicht kommen wir da noch irgendwo hin vielleicht aber auch nicht ich weiß es gar nicht wir müssen noch ah naja das ist vorbildlich vorbildlich äh Zustand 91 Prozent scheiße wir verlieren immer mehr und mehr Zustand das äh gefällt mir gar nicht ich hab da auch ehrlich gesagt keine Lust zu verrecken aber wenn wir verrecken gehört dazu das ist wie gesagt ähm das erste Display von The Long Dark ähm kann sein dass es schwerer wird wie es immer dargestellt wird was ich auch vermute wir kommen hier nicht weiter huch man nix gibt's so ich weiß auch gar nicht vor wir hin müssen ehrlich gesagt da hinten ist ein Wolf den wir nicht nach Wirklichkeit meiden ähm na gut gehen wir einfach mal quer durch hier kommt noch glaubt nirgendwo mehr dann halt wir müssen in die Richtung da hinten scheint so als wäre da hinten dann wo ist der Wolf da oben scheint so als wäre da hinten irgendwie einen See ich weiß es gar nicht ich äh lasst mich uns überraschen scheiße wir brauchen unbedingt wir haben eure Klamotten sonst erfrieren wir hier nach das äh hab ich ehrlich gesagt keine Lust drauf haben wir keine Lust drauf und ich hoffe jetzt noch nicht dass wir jetzt keinem Wolf begegnen sonst äh sind wir im Arsch am Arsch im Arsch da ist eine Hütte ja ist in Ordnung wir tun hier schon nichts keine Angst wir brechen die Not genügt wenn du kommst wir brechen die Not genügt wenn du kommst ja das sieht doch besser aus ja endlich da hinten hat's Fischerhütten da unten ist highway geil 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 wie gesagt mir geht scheiße scheiße überall Wölfe hier ist alles verwölft Scheiße ich hoffe jetzt eigentlich nur dass sie uns nichts tun aber dabei werden wir uns was tun weil es ja so geschrieben steht beziehungsweise man kann ja verschiedene Schwierigkeiten Schwierigkeitsstufen auswählen ich kann das an der Flair was als Cracker hier alles durchwühlen hier nichts gefunden nichts gefunden das ist schon offen nichts gefunden was gibt's hier noch hier gibt's sonst auch nichts mehr ja ich weiß gar nicht wenn's das war dann können wir wieder raus jo ich hoffe jetzt noch nicht dass hier irgendwie ein Wolf ist weil sonst ist echt scheiße sonst müssten wir also gut hier ist nirgendwo in wolf das gefällt mir bis jetzt der zweite haus wir brauchen unbedingt mehr kalorien sonst geben wir wirklich noch kaputt holz wer kann ich auch hätte ich auch gesagt was ist hier ist hier noch was dran nein ja ich glaube das was oder das war's gut gehen wir da raus ich hoffe mal scheiße das ist hier alles vernebelt kälte ja klar das ist mir los dass es kälter ist neues haus neues glück scheiße Prozent ein in dem extrem ist Prozent Prozent ja aber dann gucken wir mal Prozent und beschleuniger Fakten Verkürtungsstiefel angezogen 05 06 Salz Quaker essen wir mal ich habe jetzt noch nicht dass wir irgendwie eine Vergiftung uns zu ziehen lange Bordwollendose Spitzenversicher Prozent ich weiß es auch nicht mein Freund ich überlasse das Rätseln dir und ich sehe man überhaupt nichts hier irgendwo müssen doch Fischerhütten sein ich habe irgendwie das Gefühl dass ihr gleich im Eis anbrechen ich weiß nicht ob es es gibt dass wir anbrechen können ich weiß es nicht das setzt sich auf jeden Fall danach an Stoff ja das ist das was ich brauche suchen ja alles klar ähm Tabulator zerlegen gibt's hier nicht irgendwie ähm man kann das gar nicht ich hab gedacht doch auch unbedingt wärmer Feuer machen aber bitte 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 Raou bittet lik Fertigkeit doch wenn man zünden schnitz'ves schnee schmelzen scheiße feier machen nicht genug material zu machen scheiße jetzt haben wir wasser beziehungsweise geschmolzener schnee aber m gut dann gehen wir mal zur nächsten fischerhütte da hinten ist auch noch ein kleines dorf da hinten hat es wölfe da jetzt gar nicht hat es da oben da oben muss es doch eine hütte geben ich weiß es gar nicht da hinten hat es eine rehe jetzt auch ein wolf ich hoffe dass die zu uns gehen ich hoffe es nur nicht scheiße was ist da hinten da ist ein Haus okay da müssen wir uns beeilen die musik was ist jetzt los ich hoffe dass niemand mehr braucht ja bin ich ganz klar an der manung ich dachte ich habe so das gefühlt dass wir entdeckt worden sind ich weiß es gar nicht ich kann nichts erkennen wie geil ist einfach mal aussieht wie ein gemälde es ist es ist ein traum wir haben uns auch noch ein haus da gehen wir mal zuerst hin ja kommt es gut alles schön und gut 46 Prozent alter wir verlieren mehr Zustand scheiße das ist das ist das ist das ist das ist Scheiße. Okay, ist ja irgendwo ein Wolf. Alter. Da hinten ist noch eine Fischerhütte. Also gut, gehen wir mal rein. Neues Haus, neues Glück. Äh, was haben wir hier? Salzquaker. Ähm, hier gibt's Schubladen. Beziehungsweise Schränke. Einen Schrank kann man die Lampe mitnehmen. Nein. Hätte mich auch gewundert. Ah, das kann man zum Brennen benutzen. Beziehungsweise fürs Feuer machen benutzen. Äh. Versuchen. Scheiße, hoffentlich finden wir was. Sonst, äh, es hat sich wenig Hoffnung, dass wir hier überhaupt überleben. Zumindest in der ersten Folge. Hier ist auch nichts. Ofen. Hier ist auch nichts. Oh, da oben. Kräutertee. Ja. Können wir gebrauchen. An Energieriegel. Oder was stand da? Enderriegel? Energieriegel? Energieriegel, glaube ich, ne? An Energieriegel. Ja, 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 ja. Hier hätten wir mal alles durchlootert. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Ich kann das nutzen. Was ist das? Ja. Ich weiß gar nicht. Ähm. Alter, dann gleich mal die Handschuhe anziehen. Ähm. Was ist denn? Anziehen. Ich hoffe es nur nicht, dass hier irgendwas angesprungen kommt. So, was ist hier? Hier ist auch nichts. Wie gesagt, ich hoffe es nur nicht, dass hier uns irgendwas anspringt. Und ich, äh, Zeitungspapier können wir gebrauchen. Oh. Kann man nicht aufheben. Einfaches Werkzeug. Da kann ich auch gebrauchen. Ähm, hier. Ich weiß gar nicht, war das jetzt alles, was wir dann besucht haben, abgesehen von dem Schrank und dem rechts. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja. Und ich glaube, ich meine, ich höre einen Wolf. Wollsorten haben wir gebrauchen. Ähm. Oh, eine Wasserflasche. Hier ist auch noch was. Ist aber nichts drin. Radio. Okay, funktioniert nicht. Das Radio ist tot. Ich glaube, das war's. Also gut, gucken wir nochmal nach den Wollsocken. Ähm. Wollsocken. Wollsocken. Halt, ne, die bringen mehr. Haben auch einen besseren Zustand. Da wurde trinken wir ja ein bisschen Wasser. Gut, gehen wir raus und, ja, hoffen, dass wir keinem Wolf begegnen. Das finde ich ja schön, wenn es so schneit ist. Äh, die Spielen allgemein, äh, relativ cool aus. Wo ist jetzt hier das? Da hinten ist die nächste Scheiße. Überall. Wölfe. Ich, ähm. Da hat er irgendwas erlegt. Ich hoffe jetzt nur, dass wir jetzt hier in einem großen Bogen einfach um außen rumgehen können. Und, äh. Alter, das Kanickel. Unterkühlt. Ja, ja, ich weiß, dass wir unterkühlt sind. Scheiße. Da hinten ist auch noch was. Ja, klar, glaube ich dir, dass es weh tut. Wir müssen aber noch in das eine Hause scheint größer sein. Das scheint größer zu sein als das. Huch, wo ist das Haus jetzt hin? Da. Ähm. Dann müssen wir da hinten noch in die Fischerhütten. Weiß nicht. Nein, ich trau es mir nicht zu. Ich, äh. Hab zu heidelern Respekt worden, welchen und ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden. Ich, äh. Weiß gar nicht, aber ich glaube, wir essen jetzt einfach zuerst mal ein bisschen was. Energieriegel können wir essen. Nein, kriegen wir dann einen besseren Zustand. Ich, äh, hab keine Ahnung. Kalorien steigen. Und der Zustand verschlechtert sich. Das ist, äh, gar nicht das, was ich wollte. Dann ist auch noch der Start. Da können wir auch noch hin. Da oben ist da oben ein Haus. Da oben müssen wir auch mal hin. Ich glaube, das machen wir auch. Ich möchte zuerst gucken, was in dem Haus hier abgeht. Ob wir überhaupt irgendwas abgeht, weiß ich gar nicht. Ich hoffe es. Ich hoffe zumindest noch nicht, dass da ein Wolf abgeht. Das wäre weniger sinnvoll. Alter, als stapft er wieder, als kriege ich da wieder den Schneeberg da hoch. Das ist er, den Schneeberg hoch, das, äh, ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, hör mal auf zu stehen, mein Junge. Es ist ja gleich alles vorbei. Bist ja gleich erfroren und hast du es hinter dir. Ich hoffe, dass wir... Ich hoffe, dass wir... Haus des Menschenfeinds, äh, der Name... Ich glaube es noch nicht, dass hier irgendwie einer auf uns lauert. Und dann kalt macht. Lampenöl. Genau das, was ich brauche. Hier ist auch noch mal Zeitungspapier. Was gibt's hier? Hier gibt's nix. Alter! Hier können wir looten. Sofern wir es schaffen... Ich glaube doch gerade irgendwas gehört. Ein Schwein oder keine Ahnung. Hier Ofen. Gucken, was da drin ist. Alter! Scheiße! Hier war einer von uns da. Was ein Arsch. Denkt immer nur an sich selbst und niemals an seine Mitmenschen, die sagt... Was gibt's hier? Hier gibt's nix. Hier gibt's es augenscheinlich hoch. Hier gibt's auch nix. Na gut, wir suchen wollen wir jetzt hier wieder kleine. Ich hoffe, dass jemand das braucht. Ja. Gut, wenn wir dich vorschlagen, gehen wir einfach mal hoch. Ähm, ja. Haben wir... Soweit haben wir unten alles gelootet. Alter, in der Haus würde ich mich wohlfühlen, wenn's nicht so abgelegen wär. Und ich hoffe jetzt noch nicht, dass hier irgendwas angesprochen kommt. Genau, brauchen wir. Können wir gleich trinken. Jetzt will ich aber... Einfach, äh, Handschuhe. Alter, Wärmebonus. So, jetzt ist das jetzt hoffentlich wärmer, ein bisschen. Lampenöl. Ja, Wasserflaschen. Alter, Wasserflaschen gibt es ja auch ne Menge, ne? Wie viel Uhr haben wir? 12 Uhr. 38. Gut, looten wir das hier nochmal. Eben. Und... Hoffentlich finden wir jetzt hier noch irgendetwas Gebrauchbares. Da oben ist ein Jagdmesser. Oh, Jagdmesser. Haben wir... Ist Schublade, Schublade... Ah, wir haben die hier noch nicht versucht. Ich glaube... Mehr kann man hier leider nicht holen. Obwohl doch hier... Herz noch. Alte ist auch noch im Kleiderschrank. Ich könnte das benutzen. Oh, geil. Zuerst mal anziehen. Mann. Ein Fahrradschuh, die... Okay. Tut mir leid, ähm... Und jetzt... Demo-Stiefel. Alter! Anziehen. Alter. Tja. Das habe ich mal einen echt geilen Fund. Einen geilen Fund. So, jetzt können wir aber nun wieder raus. Mehr gibt's hier gar nicht. Wäre eigentlich eine super Location. Man könnte sich ja super einrichten. Man hat hier alles, was man braucht. Ähm... Ich weiß es gar nicht. Genau. Aber das gibt es auch wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.